Uuuuh Weg mit dir Ach du hast das auch noch überlebt Hallo und herzliches Willkommen Und es ist Lukas Max Heute schon das dritte Video aus dem Adventskalender 2021 Ich würde sagen wenn ihr nächstes genommen Das komplette GTA Universum Wer passen wollt abonniert gerne diesen Kanal Aktiviert die Glocke und ich würde sagen Wir gehen heute rein in Minecraft Welches ich sehr lange nicht mehr gespielt habe Deswegen let's go So hier sind wir schon in Minecraft Wir spielen die Bad Rock Edition Weil die Java Edition läuft irgendwie nicht so gut bei mir Aber erstmal müssen wir hier die Musik leiser stellen Bam wir benutzen keine Minecraft Musik Das passt alles Ich würde sagen wir machen einen kleinen Speedrun Mein Ziel ist es einfach nur Diamanten zu bekommen Let's go Überleben ja es passt alles so Let's go Wie schon im Intro gesagt ich habe echt sehr lange kein Minecraft mehr gespielt Das ist etwas belastend Weil ich jetzt nicht so weiß was hier so abgeht So und dann fangen wir direkt an Mein Ziel ist es wie gesagt einfach nur Diamanten zu bekommen Mehr eigentlich nicht Wir spielen mit der neuesten Version Heißt 1.18. Oder 1.19 Oder 1.18 Ich weiß es nicht Auf jeden Fall mit den Cliffs and Claves Update Part 2 oder so Ist auf jeden Fall sehr interessant Schöne neue Höhlen sind am Start Das Ding ist auch Eigentlich spiele ich sau viel Minecraft Aber jetzt so in den letzten paar Monaten Ist es irgendwie sehr zurückgegangen Weil ich einfach Minecraft mittlerweile ein bisschen langweilig finde Baust dir Dinge Dann lebst du halt auf deiner Minecraft Insel Und ja Wenn du es ein paar mal machst Wird es halt irgendwann langweilig Aber heute habe ich mal wieder Bock Weil ich generell noch nicht das neue Höhlen Update ausprobiert habe Wir müssen uns jetzt erstmal hier eine Werkbank bauen Komm her So Was sehe ich denn da? Ein schönes Bergdorf Das sieht sehr interessant aus Ich versuche das Video auch nicht über 20 Minuten zu bringen Weil ich will nur ein Diamant haben Eigentlich war mein Plan das Game durchzuspielen Aber da dachte ich mir Ich bin so ein Toypatsch Und mache dann irgendwas falsch Und dann ist alles kaputt Dann weine ich Und dann kommt kein Video Und das geht ja nicht Im Adventskalender kann kein Tag ausfallen Sonst wird die Welt untergehen Die Wollblöcke brauche ich nicht Ich brauche jetzt nur ein Bett von denen Damit habe ich mir schon mal die Wolle gespart Das Eisen nehmen wir gleich mit Was bietest du mir an? 22 Bro ich brauche Waffen Geh mal weg Ich würde den gerne hauen Aber ich weiß dass hier irgendwo dieser Golem ist Der arme Typ der Garde Ist einfach von dem Main Dorf quasi abgekuppelt Das tut mir halt richtig leid So ihr Schweine Ihr dürft raus Ab in die Freiheit Los Jungs geht Ey Jungs Genau Du machst es richtig Bist noch Äh Warum Bist du rübergegangen? Ich sehe gerade sehr viele Videos auf TikTok Von Steelbree Aus den alten Fortnite Zeiten Wo er seine komischen Geräusche da macht Ich bekomme immer so einen Lachkick Wenn ich das sehe Aber Steelbree Einfach eine Riesenlegende Und ich glaube Da geht es in die große Höhle rein Buh Hier ist ein Nada So ihr dürft hier wieder raus In die Freiheit Meine Freunde Komm her Du hast mich beleidigt Das ist die größte Frechheit Was du mich hier bietest Komm her Oh Ein Zeuge Komm her Du bist ein Zeuge Ist mir leid Was willst du? Oh Gegen Smaragd Denkst du Ich brauche Smaragde Hast du gerade Auge Auf mein Essen gemacht Jetzt kommst du erst mal runter Was machst du jetzt? Ja Puh Puh Was ist ein Loser, Mann? Wo seid ihr Dorfbewohner? Ihr setzt einen Golem auf mich an? Das hätte ich mich nicht getraut An eurer Stelle Denn meine Mission ist es Das Dorf zu Zerstören So mein Freund Komm mal her Nicht mal arbeiten tust Was machst du? Darum denkst du? Du bist darum sicher? Die verstecken sich schon von mir Dafür kriegen die extra vier Schläge Weg mit dir Ach du hast das so neu überlebt? Weg Sag dir ehrlich Ich bin ein netter Mensch oder? Ich helfe den Bewohnern hier weiter Wo ich nur kann Und dann setzen die Kopfgeld auf mich aus Was soll denn das? Komm ihr dürft alle frei sein Gut ich würde sagen Wir haben erstmal genug Essen Und jetzt können wir in den Fight Gegen alle anderen gehen So 32 Fucking reichen erstmal Hier sind erstmal zwei Creeper Die lassen wir einfach so explodieren Oh Ey und wie gesagt Ich sagte es in jedem Video Aber wenn ihr Bock habt Auf mehr Content von Spielen Die ich sonst nicht auf meinem Kanal bringe Entweder folgt mir auf Twitch Dort werdet ihr alles live mitsehen Oder Flexmax auf YouTube Dort streame ich Äh Puh Dort kommen halt immer die Videos Von den Livestreams Ach man du willst Stress oder was? Mach dich fertig Komm Tot Oh Boah die sieht schön aus Die Höhle Das ist das erste Mal Dass ich die neuen Höhlen So richtig sehe Und Wow Die sehen richtig nice aus Frage jetzt bloß Wie schwer es denn Das jetzt dir zu finden Junge einfach voll Gold Du bist ja komplett abgehoben Das ist aber bestimmt nur Fake Gold Gut wo gehen wir lang ist die Frage Ich würde da lang gehen Das sieht irgendwie interessant aus Digga was haben die Zombies hier Sind die abgehoben oder was? Junge ihr habt hier Freunde über Freunde Das geht ja gar nicht Mach euch alle fertig Bro sind das Dorfbewohner Zombies oder was? Auf euch habe ich ja noch mehr Hass Ihr seid diejenigen die ich gerade getötet habe im Dorf Dadurch wollt ihr mich jetzt töten oder was? Möchtest du Stress? Dann ist es halt so So jetzt sind wir hier langsam Auf der Höhe Wo ich denke ich mal langsam Auch echt Diese Dias finden könnte Möchte Und auch muss eigentlich Das war gerade sehr komisch Wie ich das gesagt habe Aber ja Na weh denn Oh jetzt haben die Fight gegeneinander Nice So was gibt es denn jetzt hier Ich muss da jetzt hier irgendwie mal was finden Was auch gut ist Oh das sieht schöner aus Und auch eher gesagt Mehr so nach einer Quelle Wo Diamanten sein könnten Aber irgendwie sind hier keine Nice Kuckuck Okay hat mich gehört So Wollt ihr hier Stress oder was? Ich habe Aimbot installiert Hier Keks Okay die Seite war schon mal nix Dann würde ich sagen Rennen wir mal hier lang Und schauen was hier so abgeht Nee in die Hülle will ich nicht mehr rein Wir machen wahrscheinlich jetzt eine kurze Timelapse Bis ich die nächste habe Ich weiß nicht ob ich der Höhle vertrauen darf Boah sehen die hier krass aus Diese Höhlen man Na komm wir gehen hier rein Egal Gut hier gehen wir jetzt runter Hier sind viele Monster Ist das nicht so ein Ding wo Kristalle darunter sind? Komm dann soll der kurz explodieren Boah jetzt bin ich ein bisschen überfordert Ja hier unten sind einfach Kristalle Wie nice ist das denn? Nice Schöne Kristalle man Okay das wollen wir aber nicht Junge was seid ihr hier für eine Großfamilie? Kommt her los Ich mache euch alle kaputt Ihr habt mich einmal gehauen bisher Das ist schon mies traurig Wenn ihr drei seid Und nicht alleine Also ich möchte runter Aber halt ohne sterben Ist das hier der Weg? Bitte Bitte Ja das könnte der fast sein Oder er endet natürlich einfach Boah was ein riesen Slime Du musst doch jetzt nicht mit mir kämpfen Let's go Hoho Kommt her Ihr könnt alle nichts Guckt euch diese Viecher an Sie können nichts Gut dann springen wir halt einfach runter So schauen wir uns nochmal kurz die Richtung an Ja die sieht auch interessant aus Aber ich gehe lieber die andere Ich hoffe doch das hat sie jetzt gelohnt Das ist doch einfach unnötig Da wäre ich ja schneller gewesen Hätte ich einfach einen Minecraft Speedrun gemacht Also ehrlich Junge Entweder bin ich zu lost Oder ich habe keine Ahnung mehr Von Minecraft Aber ich finde keine Diamanten Yes Ich habe es gerade gesagt Okay das könnte ein bisschen cringe ausgesehen haben Wird es auch wahrscheinlich Wir gucken uns das jetzt an Ein Diamant Wäre das ein normales Minecraft Projekt Ich papierieren Ich hatte die Welt ab dem Punkt jetzt offiziell gelöscht Mit diesem eigenen Diamant kannst du ja überhaupt nichts anfangen Das nehme ich aber mit dieser Kusshand Oh ich wollte gar nicht rein Shh sth Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch, oh mein Gott. Water. Ah, okay. War auch schon so ready. Wo ist der? Ja, wo? Wo? Kleiner Kack, Mensch. So, und jetzt bauen wir uns hier einfach straight hoch. Ich habe das Gefühl, ich baue mich hier in einen riesen Berg rein. Oh, endlich. Kurz schläft. Und jetzt werden wir zu dem Außenposten nochmal gehen. Und alles zerstören, damit das Dorf hier überlebt. Oh, ja, ja, Leute, darum sehe ich euch doch schon. Ich habe keine Angst vor euch. Das kann ich euch gleich sagen. Ich habe keine Angst vor euch. Ich bin sogar so respektlos, ich baue mich einfach rein. Und mache euer Haus noch kaputt. Ich nehme denen einfach so die Ehre. Ihr habt euch einfach selber getötet. Ja, wo rennst du denn? So, ich habe dich auch fertig gemacht. Okay, ich würde sagen, das war es für heute mit Minecraft. Wir haben den einen Diamanten gefunden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Spiel ihr noch so gerne auf meinem Channel sehen wollt in den nächsten paar Tagen. Also wegen dem Adventskalender jetzt. Da wird ja jeden Tag ein anderes Spiel kommen. Wenn GTA News sind, natürlich auch GTA News. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr rund um das komplette GTA-Universum verpasstern wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Euer Luca. Und ciao, ciao.